Frühmorgens öffnen sich die Tore der Landolt Transport AG in Pfaffigrundschwiz, ein modernes Transportdienstleistungs- und Entsorgungsunternehmen, das sich durch ein breit gefächertes Leistungsspektrum auszeichnet. Die Aufträge werden mittels den neuesten Tablets dem Fachpersonal vermittelt. Abroll- und Absetzmulden in verschiedensten Grössen und Funktionalitäten für den Transport und die Entsorgung stehen für Sie zur Verfügung. Wir stellen, wechseln und holen die Mulden auf den vereinbarten Zeitpunkt an den von Ihnen gewünschten Ort. Spezielle Sammelbehältnisse für Glas werden mit unseren Spezialgeräten rasch und fachgerecht entleert. Ob für Baufirmen, KMUs oder private, Landolt-Wertgüter, ob gross oder klein, ob kurz oder lang. Alles mit den verschiedensten Fahrzeugen. Heben, Setzen und Transportieren In unserem Fuhrpark befinden sich verschiedenste Kranlastwagen für Nutzlasten bis zu 30 Tonnen und Reichweiten bis zu 40 Meter. Das erlaubt uns, Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert und effizient umzusetzen. Ob das Versetzen von Baumaterialien, Bäume oder Sträucher oder einfach Möbel in die richtige Etage zu heben. Selbst das Transportieren und Einwassern von Schiffen. Kein Auftrag ist zu klein oder zu voluminös, um nicht von unseren Profis zuverlässig, speditiv und sicher ausgeführt zu werden. Mit den modernsten Spül- und Saugfahrzeugen wird Ihr Leitungssystem fachgerecht gereinigt und instandgestellt. Die Kanalspülfahrzeuge werden für Rohr- und Kanalreinigungen sowie für das Entleeren von Gruben und Schächten eingesetzt. Mit Hilfe von Kanalfernsehen und Dichtheitsprüfsystem kontrollieren wir komplette Rohrleitungssysteme. Unsere Reinigungsfahrzeuge reinigen Strassen und Parkplätze effektiv und effizient. Transporte aller Art bis hin zur Schneeräumung. Entsorgungen von A bis Z. Landolt Transport AG – Ihr kompetenter Partner für alle Fälle. Und dank unserer hauseigenen Werkstatt sind unsere Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017